ja benutzt man ja nicht präzisionsschlag hätte ich noch mal gegen geschützt damit kann man jetzt nicht die stürmer zu ausschalten 22 schluss dann sind die tue ich habe das kriegte jetzt mal ein schott ein bisschen runter ja ich meine auch normale ich habe schon probleme mit einigen normalen gegner ist erlaublich schlechter als meine älter ja ich habe noch ja ich habe auch zwei die einnahme wahrscheinlich von der mission also bekommen machen wir alle draußen geht doch mal wie normalen leute durch das treppenhaus oder schießen sie mit der rund da sind schon welche von der entfernung bestimmt nicht ich soll etwas weiter weg gehen schauer aber vom da werden ein paar kleine gegner ja alle satten für den start heute sind gerade erst gesporent waren schon die nächsten gerade was hat ihr von der startposition heute wo ich euch mal ein bisschen gerade erst gesporen das ist ja ich weiß nicht wie ich schon wieder an so eine blöde schlange gelaufen kann man ergehen wir bei hinterher wegen uns auch hier so langsam war gott so leute ich bitte meine waffen wieder haben so das habe ich ja nichts mehr ich stehe ich sag dir dann ich pack da jedes mal raus wenn ich das macht was ja auch lieber auf das war mein kanal vergleich man spielt manchmal wieder ja ich will lieber den granatwerfer ausrüsten das war schon ich habe keine granaten zu granaten ok so ja 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 ich ja 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 aber da sind wir zu wieder nein denn hier spritze warum können ich die spritze nicht nehmen ich bin schon wieder tot da gar nicht gut für mich ja ich könnte jetzt hier einen schuss nachladen kein problem ja schon wieder kann explodiert zu gefällig auf kontakt mein gott machen ja ich glaube sehr gefährlich da kommt schon wieder einer die kommen noch immer gott vorsicht schwerer arbeit die fresse die ganze zeit erklärt schläger ist das ding jetzt schon sagen die da ok für mich ist das nicht sehr viel schwieriger als sonst ja auch wieder granaten und so für diese schildtypen machen wir es mal hauptziel damit war schon mal sich fabriken da ganz hinten ja mit so ein 500 also mit dem mal zu hinten irgendwie bei dem bei den lüftungen da so vielleicht auch irgendwie zu normalen granaten wechseln rüstung verfügt ja aber ich habe einen granat werfer deswegen warte hier irgendwo ich habe vor mir die stand granaten zu holen ja ziemlich ein reiz weil das größte problem ist wenn jemand mit einem strike treffen will der wegrennt oder sich wegbewegt wenn es dann ist kann er sich für eine weile nicht mehr bewegen dann kannst du den perfekten strike auf den drauf machen ja ein großes lauch schmieden oder irgendwie sollte jetzt kannst du deine ausrüstung besser personifizieren oder personalisieren oder so habe ich ganz verstanden wie das funktioniert 3 1 von 9 ja das sind immer neu eigentlich ich übernehme das terminal und warten sind welche ja ja das ist geschützt von ihr das ganz schön rückstoße als in ordnung das sind auch welche heilung heilung mein gott dann gar doch hätte ich mich hier gerade voll der rettet mich gerade hat mich an der terminal meine ich so links mal noch welche da kommen welche ja wo jetzt muss ich schon wieder mit dem magazin lernen komm komm die rechts alle weg und die rechts alle weg waren dafür rechten seite muss man nachschub darf ich brauche spritzen vorsicht und granaten ok ja ich glaube das schluggewehr bringt es schon ein bisschen besser ja noch vorräte bevor wir gehen da ist eine große ganz große fabrik glaube ich wenn ich mir dann den links da anschaue den bereich vielleicht noch mal ein 500 kilo bombe reinwerfen wir sehen wie viel schaden die anrichten kann da bringt die 500 kilo bombe oder die wir haben ja zwei dinger ja sind genau gleich namen bad ich habe ich habe einmal zwei und dann habe ich noch mal eine oder ich da sind auf jeden fall also nehme ich mal da oben da oben ist das wahrscheinlich schwerer bord außen passen gehen wir da rein erst mal so ja so einschleichen haben wir ein eingang sofort gefunden 500 kilo bombe reinwerfen dann rennen rennen schon mal weg ich tue ich nur mal hier einfach so ich nehme an hat eine gebäude kaputt gegangen sein der hat zwei kaputt stück nur gegner die sind hier überall ja genau wir haben versucht auch bei den kleineren nein ist noch eine kleinere nicht wenn man gerade in so groß sind sind da steht aber vier von vier bei mir dahin ist ein geschützt wenn es ein geschützten großes aber nicht gesehen heute geht weg ich tue mal hier ein paketen habe ich auch hier das war darauf geworfen letzten worten weg 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 ist 2024 nichts da hinten ist noch geschützt ich komme auf den präzisions ding machen kann ich gehe mal ein nein habe ich gesehen da ich weiß nicht ob ich da treffe ich glaube ich ich glaube nicht ich war doch nicht dran zu kümmern ich will meine ich habe meine waffen nicht um die auszücheln aber wer schießt denn da auf mich in meiner fresse ich bin ja aber ich habe keine granaten aber das hier raus schaffen lebend bei mir ist das geschützt schon am rauchen dabei ist noch nicht tot ich auch ich habe gerade gesehen da ist eine genau der richtige moment gerade wenn man wie sie nicht ja gott ich habe keine von meinen waffen die sind irgendwo geflogen ja aber auch ich habe kein ganad er ist auch voll aus dem sitz geflogen aber ich brauche irgendwo deckung zum teufel heute regt euch mal ein bisschen ob es dann halt ich weiß nicht ja da sind auch viele leute hier ist nirgendwo der kong kommt gleich hier aber wenn es noch eine frage zeit für die sterbe ja ich bin ja ich bin da in der nähe direkt jetzt gerade mir vorbei gesaust ich habe gerade nachschub gespawnt da ich aber keine spritzen das geht weg wunderschön muss er sowieso 200 gegen erlegen mit dem ding ich glaube wir sollten ja mal weg ich habe zwar irgendwo meine proben verloren aber da kommen wir mal wieder neue super wenn wir hier sind sind meine proben sind hier glaube ich ja ja ich gesehen in dem bunker da im ding da ja ich habe dabei noch zwei leben aber noch also er hatte immer wieder aufladen kann es die bomben ist doch klasse die alles ich krieg meine waffen nicht mehr ich muss direkt scheiße der zweck sind ganz viele gegner glaube ich ist hier nur ein htst grad so bist du da ist ein halk er kann sich neues boden hier sind sie hier oben sind sie am eingang ja 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 wir müssen genau in der richtung mal einen umweg hier ich habe nichts also die bombe ja so die ich letztens aktiviert hatte meinten ich dachte irgendwie so ein terminal jetzt aktivieren ja genau deswegen habe ich die letzten sauer angeschlossen aus neugier nachschub ich habe eine spritze ich habe ja ja muss man auf der linken seite von deinen taktikausrüstung hat also da mal ein fabrik auseinander kreis eine adler bombe ja 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 da zu 200 minuten glaube ich dafür gibt es auch weiter kasse reduzieren die zeit wie lange ausfüllen dauert naja ich dachte wir müssen aber kaputt machen da war so ein gebäude kanaden munition wo ist man noch 30 über quals kommt da seid eine probe super in den dingern habe ich gesehen jetzt vor allem hier vorbei gesaust naja ja ich weiß ich habe den schon gesehen da wenn man schon gesehen oder irgendwie nicht okay ich war nicht mein geschützt sein sein und meine allein umfangen ja soviel können wir ja nicht mehr einsammeln aber zum pferd spritzen da ist eine kleine fabrik noch müssen wir schon stellen ja vielleicht mal auf wenn ich aber aufhören kann ich meine anderen nicht mehr einsetzen ok ok ist noch für normale weg nur so kleine und diese akkurat mit dem ding gewesen ist er ich sehe nix ja es war eine seltene probe toll jetzt müssen wir hier weg ich habe das schaffen wir nicht mehr wir sollten glaube ich zum äh ja ja genau an meinem ende man gehen war er ok also man kann keine adler einsetzen wenn man die gerade am auffüllen ist das heißt man sollte wahrscheinlich erstmal verballern hier ist wasser ich glaube auf dem weg da ist noch irgendwas anderes ich glaube eine kleine fabrik also hier auf dem weg aber ich glaube da kann man gar nicht hin ich sehe das aber droht ist so einen kleinen roten punkt bei mir wird nichts angezeigt hast du ein besseres gerade als ich ne ich weiß ich sehe nicht verdammt verdammt sag ab den 1 noch 10 minuten für dich du rührst den anderen nämlich mal ne 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 na hey leute ja schilder ok haben sie mich alle auf einmal getroffen ich hoffe ich habe einfach mal eine granate hinter denen und funktioniert meistens ja ich sehe es ja ich sehe es so das hat schon wieder am weg schwer naja ich muss nicht wieder entschuldigung meine proben in sicherheit bringen die leiten sind und ich habe es gar kein zeit da sind irgendwelche hinter uns dass die mal nur ja 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 ich jetzt wird mir mal angezeigt hast du vielleicht ja eigentlich nicht das ist ein ding was ich mal kurz sehen ich habe schon mal orbital seine fabrik gerne bitte nicht abfallen der ist voll abgeprallt er ist voll abgeprallt daran warum so viel schaden auf einmal durch auf voller meinen weg ja über einen haufen baller ich war noch ja ja na gut gehen wir nach hause da lang heute sehen wir mal wieder auf der linken seite die versuchen durchs wasser zu gehen was nicht funktionieren wir kommen jetzt aber da da sind schon wieder gegner einfach weiter ganz verlaube aber ich könnte mich haben of gott sind da viele leute genau mein geschützt kümmert sich um die und falls mein geschützt hat nicht trifft dann hier ich bekomme keine kids angezeigt wenn ich das ding weiter weiter war mich bevor nicht mehr so viele verstärkungen wenn da keine gegner sind auf einer stelle ja das ist gar nicht jetzt hat er noch drei stück aus jetzt hat er wieder gegner gefunden jetzt hat er noch vier gekillt den wir uns verfolgen dann der laser der macht spaß ich habe noch ein bisschen mehr soll da sind lauf ich brauche ich da mal nachschub ich sehe nichts ich suche aber was mein tag ja ich würde gegner mit der verbesserung damit eine geschütze die alten dann mehr außen ja habe ich gesehen so knappe noch ist es nicht vorbei wo seid ihr da unten seite ja perfekt platziert natürlich hat er wieder ein gesport also nachschub nachschub der orbital kann es auch nicht glaube ich wir machen irgendwie sagen dass keine kill anzeige bekommen wenn ich den atel einsätze trefft damit überhaupt irgendwas da hinten da hinten ich hasse ich hasse ok äh ja ich glaube ich habe ihn schon ja bei uns in welcher der ist da kommt schon wochen mal wie viele leiten kommen ja wir sind gleich weg mehr leute kommt ein bisschen spät ja 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 dann ist meine probleme ist noch ja ich muss noch meine kosten aufheben es wie man an der bus halt stellt und vom bus überfahren wir es bevor du holpriger staat aber trotzdem wir haben wir geschafft wieso stand hat hier nur ein sterben schwache leisten proben und erfahrungsmittel also was ich sehe du bist auch ein sergeant erledigt viele proben gesammelt das nenne ich eine gute mission ich glaube ich habe es mal ein bisschen ran allihern glaube ich so zeugt kaputt machen also jetzt verstehe ich habe die helfe die haben wegen der wegen den generalen befehlen da damit jeder erreichen kann wir alles zerstören einfach ja ja da sind die dinger genau naja ich vergesse mal mein orbital hast du ein eis atmer präzisions laser und daten und schock stein war also gar keinen präzisions angriff mehr bei den kannst du nicht mal auffüllen sein laser man soll mal wieder einsetzen da sehe ich schon mal da haben wir eben seine pflanze rein das noch einer naja oder du hast sie nicht hätte den auch das im kopf beschießen können ja die arbitrator den habe ich drei mal doch ich habe gerade welche nicht mal schon mal metallschlag auf die fabrik wenn ich so treffe oder sind da mehre ich habe die norm gemacht damit keine verstärkung sie vorher wie eine war so ja ich habe es gesehen ja philip so war das ist was dort da war eine manier aber eine miene aber noch leute da ok wer fahrer ich komme nein nein warum treffe ich die zwei agenten der lehme noch ich habe auch die typen mit dem schotgewehr geschossen ich war nicht nur hier ist ein zeug okay als nächstes mal da lang ich habe gerade eingesammelt vor sich das eine mine schon dritte mal hatte ich beinahe in der mine hier ein laufe so adler da reinwerfen ich meine meine kann ich aufhören deswegen geht okay ziemlich cool die munitionsdepots getroffen glaube ich und schon zwei von drei vorragten wir fahren und das wagen wo sind die da durch die jetzt kaputt ja weit entfernt werden ist noch ein oder links ist auch wenn wir probieren na gut dann gehen wir mal eins von den beiden dinger kaputt machen gehen wir mal da ist nicht da links ist schon wieder ganz große irgendwie habe ich das gefühl ganz großen sind nicht so in unseren weil er nicht in unseren fähigkeitsgrad oder kriegen wir immer den meisten probleme und so versucht mit meinem krieg komme ich da nicht rein wo ich mir erst 20 granaten da macht ein bisschen einfacher wenn ich zum beispiel wenn wir gegen insekten kämpfen dann benutze ich wieder im park granaten weil die nästa kann man ja auch mit dem park an hatten kaputt machen ja wenn ich gegen die insekten kämpfern nehme ich auch wieder mein rover ja mein kartog war nicht so dass eine wieder ein großer außenposten glaube ich aber ich glaube nicht dass wir da machen sollten da gehen wir mal die meisten probleme und tode und so laufen wir gerade von abseits aber egal weil sie ja wenn es wieder eine fabrik ich weiß man nicht ob da noch mehr sind ist eine probe auf der anderen seite ja ich habe gerade irgendwo eine gesehen ja vor anderen seite wir haben ja vor eingeschlichen wir haben aber ich gemerkt was hier los ist habe ich den jetzt oder nicht sollte man vielleicht markieren wo wir hin müssen das ist sehr weit entfernt mit irgendwas kleines auf dem weg so kleiner snack für zwischendurch das ist ja so ein schockgewehr wo ich jeder einzelne cool dir nachladen muss anscheinend also nicht hier hier ist nix ist ein schiff müssen wir ich sehe nix dann ist ja nix sind gegner auf welchen seite muss man da vorbeischellen ich habe ja unten ist irgendwas oder ich dachte ich wäre wieder so ein zum ding zum aufspringen oder so so gott das ist ein art ist irgendwo zu meinen sammeln naja leute wie geht es nach wo acht gegner auf einmal also 90 prozent alle truppen mit einer granate gerade und spritzen naja aber cool spritzen aber da war ihr gegner irgendwas zum spielen zum naschen was der fabrik ich bock habe wenn ich mich bewegen könnte ja da kommt gerade einer raus der bekommt leicht die überraschung seines lebens sechs gegner sich die tun er geht in den boden haben und die er dann tut ihr erst zwei sekunden drin stehen und dann explodieren erst mal okay war er auf einmal sein letzter hero schacht also er hat dingen sieht das irgendwie hier auf ihn niederpressen ich stelle mir vor der guckt einfach nur nach oben tut einfach nur so stillsteigen stillschweigend seine pistolen nach oben schießen so es war eine ehre oder alles ex für the private ryan vibes irgendwie jetzt kann ich auch nicht nachladen ich habe die eine benutzt hier die ich nur einmal ab ja die vereinfacht schon so ein bisschen mehr die sache so ein bisschen garantieren irgendwie dass wir auch mal treffen damit muss dort hier kann man aktivieren ja ich habe müssen auch oder das noch nicht okay jetzt nur noch warten da lag der bombe wieder im boden hier nicht angeschossen da war so eine hellen bombe die im felsen ragt da musste ich einfach darauf schießen für die explosion naja ich glaube falsch daran muss man sagen sie ich glaube ich eine fabrik ich könnte meine obitale der mein die große fabrik darin wenn wir nur noch zeit haben hier sekundär ziel dies nur primär da kommt direkt der nächste ist ein geschütz das ist ein platzierbares geschützt das geschützt vom rhein stellen das ist dann dass sie da kommt her noch jemand nach der fabrik sich also gerade drei werfen ich hatte den rücken voll weggeflogen die base darum geflogen wir müssen ich kann nicht die karte aufholen wenn ich meine kugel nach kann ich ja durch springen schaut mich nicht an das wird gehen auf mich ok diesmal läuft das gut aber nicht gerade irgendwie folgen so ein höllenloch landen das kann ich aber da war ich ein bisschen also geschützt irgendwo wussten hat ja da hinten ist eine fabrik ich sehe nur nicht die aktuelle weg ich nehme an das war erledigt die ist da hinten irgendwo ganz habe ich irgendwann da feiern gesehen da sitzen so zwei clouds die sitzen da genau die die schießen mit maschinen geschützt auf die schmerzen auf die schmerzen auf die schmerzen die kreis die kreis bis die 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 ich sehe es ja nicht schließen die richtung die ganze zeit irgendwann in die luft guck mal und er ist auch schon okay noch gar nicht rein so getroffen aber nicht wenn er die fabrik nicht treffen ich kann ja schon mal ein pirschen ich guck mal noch schießt er gar nichts auf mich ich mache mir die fabrik da kalt mit orbital ich dann treffe ich sammle proben dass ihr auch jetzt auch eins glaubt euch hier mit leute ich habe ich den namen nicht hallo man schruggewehr also leute geht immer weg ja eine tor glaube ich ja sich ziemlich kaputt aus ja drei stücke aber deutlich noch mal so blinkende punkte auf der karte was bedeutet noch mal blinkende punkte auf der karte zu mir nochmal erklärt irgendwie so ein blinken ist bedeutet irgendwas in der richtung aber nur eine kleine fabrik glaube ich aber kennt man vielleicht schon wieder nachschub da warte ich bekomme keine kilde anzeigen wenn ich damit mache vorräte ich bekomme keine anzeigen hier sorglos so viele gegner ledig jetzt muss ich meine art nachladen die tun sie automatisch aufladen wenn ich die leer ich habe jetzt aber nicht nachladen ich habe die alle verbraucht ich habe das nicht gemacht hier ganz aufschließend ich habe ja alle verballert jetzt ich habe ja ich habe jetzt alle verballert und wollte automatisch mit dem anfordern bevor die leer sind dann kannst du dich schon mal vorher damit er wieder drei stück hast bevor die leer sind so allein ist eine fabrik diesmal sagen wir ab ich versuche mal auf so ein geschütz hinzugehen ich habe mich treffen ach du hast ja noch den geschütz ok warum sind jetzt hinter mir gegner gesporn ich stand in die ganze zeit mit meinem schock 44 vertreten die hatten die schutz ich habe wieder einen adler ich kann ja aber nicht nachladen ich habe zwei ich habe zwei bei einem nehmen wir haben 11 seltene proben sich ich weiß nicht da ist noch irgendetwas auf der karte kann man ja noch machen auf dem weg ein kleines aber die große machen wir nicht ich glaube ich habe ich noch schaffen versuchen aber ich nehme an ich will lieber unserer pro mal in sicherheit bringen wir haben so viele gerade ich habe auch nur noch eine zwei adler bomben noch drei insgesamt mit meiner wasser da kann man nicht gewacht schnee der tut so weh in meiner seele ich dann habe ja genau ich ich konnte mich nicht heilen ich habe ihn gesehen aber ich wollte mich nicht heilen doch was war dann ja genau das meine ich naja kommt wieder neu und wird kaputt bei den sachen liegen ja alle übrigens nicht richtig geworfen wenn ich gut die dinger das ist schön irgendwie war eigentlich hier so freiraum wo du daneben werfen kannst das perfekt für mich genau vor uns ist noch eine riesige fabrik wir wissen wie unser besuch bei denen immer abläuft ja eine habe ich noch gerade und genau in der nähe von der riesenfabrik diese da hinten und ich kann ja eine da reinwerfen genau da in der mitte ich weiß nicht ob ich irgendwann treffe aber ich habe eine sache erledigt glaube ich jetzt einfach nur so was ist das der war gerade auf mich schießen dann ist irgendwie ein laser aufgehört der so weit ja da ist ein halk aber ich treffe ich nicht damit dann hau rein ich weiß nicht ob ich den mit meinem links werfe ich habe ihn getroffen aber jetzt nicht gestorben dadurch rechtes auch noch ein halk hier sind zwei hals ja gut gutes teil mit weinen so weit ist ja noch da müssen wir ja noch kaputt machen ich glaube hier mal so oben sind jetzt diese nachricht zu euren anführen jetzt mal ein bisschen mehr feuerkraft haben hat jemand gesagt eine hand ich habe keine mehr mehr gut nein nichts ich brauche noch 30 stück haben wir so eine leier freizuschalten gibt mir die doch so gott sind eine menge leute auf der rechten seite sind so kuppeln irgendwie da sind so zwei jahre tsc ist deswegen ja ich wollte schon sagen irgendwann ist so wie viel ja ich habe zwei proben aber nichts zum kaputt mann war so weiter geht es vielleicht mal markieren da wir haben zwölf proben und 13 seltene proben wir hatten wir noch nie aber links sind welche und jetzt gesehen ja ja die gucken und sagen die kommen die kommen der verstärkungen ja klar da gehen wir ich habe noch 200 kilo mehr na gut sind wir alle hinter mir nach peter durch aber hier war so mit leute okay hier leute und soweit hier leute ja wenn ich dann nahten auf die wir werfen fliegen die fahrer einmal voll in den himmel wenn schleudersitz aktiviert jetzt mal okay ich war noch ein paar kids mit dem adler unseren general befehlen sind welche welche leute na lust auf etwas oberkirche weiter weg ja ja ich weiß nicht wie gefährlich meine geschütze sind weißt du wie auch die schon von ihnen die ich wurde da mein geschützt hat weit weg und verkehr ja da war eine erfolgreiche mission und die rege sehen irgendwie aus was wir hier folge geht stoffen wir haben alles wort werde ich alles ausgezeichnet das werden wir irgendwie so ein farbgletscher irgendwie so wie sollen wir noch zwei sterne wir haben alles erreicht